Halle Leute, wenn ihr den Beef des Jahres nicht versäumen wollt, dann macht ihr fälligst die Glocke an. Senioren zocken. Es kann nur einen geben. Ich fordere euch heraus. Wer ist Propa? Der macht auch so eine Spiele wie wir. Wie sieht denn der aus? Gut? In meinem Fall ist es nicht. Zu jung? Zu alt. Ich verzeiue dich mit dem alten Alten, ich bin alleine. Ich muss doch den zweiten Hörjahre drin machen. Es ist nichts fremd. Vorsicht, Vorsicht. Vorsicht, du bist ver... Ich will den selber sehen. Als ich damals mit YouTube angefangen habe, war mir eines... Ich sehe aber nichts. Ich habe kein Bild. Ich war nicht alleine. Er spricht gar nicht. Ach so. Ach, die teilt auch Senioren zocken? Opa. Ach, ein Opa. Ein Opa. Aha. Ah, ja. Ach, hallo. Hallo. Wir haben Seniorinnen 30 Minuten lang Grand Seft Auto 5 spielen lassen. Der schläft ja schon ein beim Sprechen. Ja, das ist Uschi und Rita. Das ist Evelyn. Das kommt mir ja irgendwie bekannt vor. Bumm. Das ist aber schön, dass der den bekannt vor ist. Oh, 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 oh. Super Fahrstil. Der macht ja besser. Der gefällt Propa. Aha. Ach, du bist Propa. Er spricht von sich in der Person. Muss ich erst mal umschalten. Propa. Ah, ja. Hättest du auch ich sagen können. Propa fährt auch so. Bin ich ja mal gespannt. Du fährst genauso belemmert wie ich auch. Siehste? Das ist schön. Ha! Herrlich. Herrlich. Ein richtiger kleiner Klugscheiter. So was habe ich ja gar nicht. Ah, du kannst lächeln. Unser Verhältnis könnte so gut sein. Ist es. 23. August. Weiß ich nicht mehr, was ich da gemacht habe. Gamescom. Ja, das war irre. Gamescom. Konkurrenz. Uschi von Senioren zocken. Und sie rigoriert. Ach, ich habe ihn nicht angeguckt. Hey, du gefällst mir ja. Das muss er uns doch mal verzeihen. Ich komme noch aus der Zopfzeit. Du weißt. Alte Schule. Ein Mädchen durfte einen jungen Mann nicht ansprechen. Na klar. Warst du früher ein Flittchen wenn ein Mann angesprochen. Das gab es überhaupt nicht. Ja, ja. Du musst mich ansprechen. Ich bin der Propa. Und ich würde dich gerne mal kennenlernen. Das geht doch nicht von heute auf morgen so. Gehen wir zu mir oder gehen wir zu dir. Das geht nicht. Ja, ja. Also. Huh? Nimm es nicht so tragisch. Beim nächsten Mal klappt es. Senioren zocken. Es kann nur einen geben. Was? Was? Ist ja wie im Krimi hier. Krieg ich ja Angst. Was? Wenn sie nicht gleich. Dann. Was machst du? Du forderst uns heraus? Komm Evelina. Na dit mach mal. Dit ist ne gute Idee. Da siehst du aber alt aus. Mein Lieber. Der ist ehrgeizig irgendwie. Der will irgendwie gewinnen oder was. Der hat er aber schlechte. Hat er bei uns aber schlechte Karten. Da stand irgendwas von den jungen Beef. Weißt du was denn? Ein Beef? Ne. Kennen wir nen Beefsteak? Streit. Ach das können wir ganz gut. Die Herausforderung nehmen wir auf jeden Fall an. Endlich ein Mann der uns herausfordert und wir mit einem Mann spielen können. Das ist schon lange nicht mehr passiert. Gegen wen soll denn der Propa spielen? Du machst das am besten. Das nehm ich an. Beef. Aber. Evelina. Was spielen wir denn mit Propa? Macht uns bitte Vorschläge. Wir brauchen ganz dringend und schnell Vorschläge, was wir mit Propa spielen sollen. Beef. Ja ihr da draußen. Ihr Leute. Ihr habt's mitgekriegt. Propa hat uns herausgefordert. Wir können nichts dafür. Aber. Wir nehmen die Herausforderung an. Propa zieh dich warm an. I am the one. Don't wait your time. Don't need a gun. To give respect up on the street. Uschi. Kann ich mehr halten? Haltet euch. Haltet euch.